Ich bin Nenne Rödley. Ich unterrichte klassisches Ballett und Tanz. Der Schwerpunkt meines Unterrichts ist, basiert auf die klassisches Ballett-Technik. Das ermöglicht gesunde und ästhetische Körperhaltung. Und akrobatische Bewegung mit Leichtigkeit durchzuführen. Ich liebe Tanz. Ich liebe und genieße die Zeit, mit meinen Schülerinnen zu teilen. Als Erfahrung langjährige professionelle Tänzerin. Auch als Trainerin von Geroknesis Gerotonic. Ich achte besonders auf gesunde Körperbeherrschung. Auch versuche, eine positive Beeinflussung durch Körperarbeit auf die mentale Ebene zu bringen. Ich begeistere mich für alle Tanzstile. Jazz, Hip-Hop, Moren, meine Schürerin und ich probieren wir uns immer wieder neue Tänze mit Freude und mit Begeisterung. Ich würde mich freuen, neue Schürer und Schürerinnen kennenzulernen. Eure Nennerödlein Eure Nennerödlein Eure Nennerödlein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020